Musik Ich habe mich auf das Lager gefreut gehabt, um mit den anderen zusammen zu lernen, sich zusammenhalten, das besser lernen zu können, weil man sonst auf dem Bau steht, dann redet man kurz kurz zusammen, und so das miteinander übernachten und man schälft einfach den ganzen Tag und ganze Woche zusammen. Ich habe mich vom Remisen dazu entschieden zu steigen zu machen, weil mir das bei der LAP sehr viel helfen kann und da wir das bei uns nicht so viel machen, ist das gerade eine sehr gute Übung dafür. Am meisten habe ich mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Lehrlingen gefreut und allgemein auf die Arbeit als Zimmermann oder auf dem Hof oder auch in der Küche und ich bin gespannt, wie die anderen Tage werden. Ich arbeite hier mit einer Gruppe am Boden und ich finde es cool, mit den Unterstiften zusammenzuarbeiten. Dann kannst du erklären, wie es funktioniert und denen kannst du Tipps geben, wie es am besten geht. Mit dem ganzen Lehrlingsteam sind wir hierher gefahren und haben die Arbeiten heute in Angriff genommen und das ist genial. Wir sind alle mega motiviert und es macht allen mega Spass, sie lernen einander können, sie können sehr viel profitieren und das ist die Wäge für eine ganze Woche. Das ist die Wäge für eine ganze Woche.